Fritz oder Hugo, hier kommt endlich das Vergleichsvideo. Hier könnt ihr schon sehen, von oben kann man so richtig geil darauf zugreifen. Der Fritz hat eine größere Öffnung. Beide sind aus Cordura und total wasserabweisend. Und jetzt haben wir hier ganz viel Krempel, den man so als Eltern mit sich schleppt, auf einen Tisch gelegt für euch und einfach mal alles reingepackt. Ganz wichtig ist bei dem Innensystem, such dir für jedes Teil einen festen Platz und dann bleib dabei. Die Basic passt rein, Laptop, Kalender, das Handy dann, ein Smartphone-Fach, der Schlüssel vorne dran. Genau, das sieht sehr, sehr cool aus. Ihr kriegt das Zubehör dabei. Und hier seht ihr nochmal, dass der Fritz ja an der Seite diesen Eingriff hat, womit ihr aufs Hauptfach zugreifen könnt. Das hat der Hugo nicht. Und jetzt können wir sehen, wie Mareike mit Fritz und Hugo durch Kreuzteil stiefelt, um euch nochmal zu zeigen, wie das Ganze dann getragen am Menschen aussieht. Ich finde es ziemlich nice.